Reden wir über das Wohnen. Ich bin der Putscheider Dominik, ich bin Geschäftsführer bei Northlight Creative. Wie der Name schon sagt, kreative Event- und Kommunikationsagentur. Jetzt teilnehmen und gewinnen. Wir verlosen Gutscheine von Tiroler Meisterbetrieben im Wert von 10.000 Euro. Es war uns sehr, sehr wichtig, dass wir ein Mehrgenerationenhaus schaffen, sprich Elternhaus aufstocken und oben was Neues draufsetzen. Bisher die größten Challenges waren die, dass wir immer drin gewohnt haben. Wir haben nie ausziehen müssen, wir haben halbwegs ein normales Leben führen können. Es zieht sich jetzt ein paar Monate, jetzt schön langsam ist es dann fein, wenn es vorbei ist. Gerade im Bereich der Finanzierung ist es für uns ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir einen starken Partner haben. Mit der Tiroler Sparkasse haben wir den gefunden und im Speziellen mit dem Thomas. Weil beim Thomas war es so, der hat uns von Anfang an die Hand genommen, hat uns durch den Prozess durchgeführt, hat uns immer top beraten. Und ja, wenn man dann sieht, was in kurzer Zeit eigentlich möglich ist, dann hat man sehr viel Stolz und freut sich aufs Fertigwerden und Einziehen. Glaub an dich, the future is yours. Teilen Sie Ihre Wünsche auf sparkasse.at slash Tirol mit uns. Wir verlosen Gutscheine von Tiroler Meisterbetrieben im Wert von 10.000 Euro. B Vote 6 5 7 7 8